Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ihr seht schon, es ist die Reaction-Umgebung. Wir haben aber heute gar keine Reaction, sondern ich habe wieder ein Fake vs. Original, wo ich euch zeige, dass ein paar bekannte Marken sich an anderen Marken inspiriert haben. Oder etwas sogar ganz dreist nachgemacht haben. Leute, ihr seht schon, ich habe meine Haare etwas kürzer. Wer meinem Zweitkanal folgt auf YouTube, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Der hat das auch schon etwas länger gesehen. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Deswegen, ja, wir fangen an. Ich habe mir heute 8 Teile rausgesucht, bzw. 4 Doppel. Fake vs. Original. Und ich würde sagen, wir fangen auch schon mit dem ersten an. Und zwar haben wir hier auf der rechten Seite H&M und auf der linken Seite Supreme. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann fällt einem auf, okay, es ist jetzt nicht nur einfach ein weißer Hoodie, den irgendwie gefühlt jede Brand mal rausbringen, sondern es ist tatsächlich auch das Motiv. Und man könnte jetzt sagen, ja, etwas in den roten Kasten zu sticken ist nichts Besonderes. Aber da fällt natürlich auch die Position. Der Stick, die Farbball, so das Einzige, was anders ist, dass bei H&M alles in Caps geschrieben ist. Und nicht wie bei Supreme nur das S groß. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr auffällig. Ist auch, glaube ich, aus der aktuellen H&M Season. Also kann man da immer noch kaufen, wenn man eine Supreme Box Logo Alternative haben möchte. Ich hoffe übrigens, dass hier mit der Aufteilung passt so irgendwie, ja, dass ihr mich hier so seht zwischen den Bildern. Aber naja, das war Platz 1. Ich persönlich muss auch sagen, ich habe null irgendwie was dagegen, wenn man sich inspiriert, weil es hat alles irgendwie schon mal gegeben. Aber so hier bei sowas muss ich sagen, ich bin schon sehr dreist. Und wir kommen zur nächsten Sache, die H&M gemacht hat. Und zwar, ja, handelt es sich da um hier diesen Thrasher Hoodie. Und zwar hat H&M das gleich rausgemacht als Trippin Sweater. Ja, das ist zwar ein anderes Wort, aber sieht halt eins zu eins gleich aus. Und da kann man nichts anderes sagen, außer, dass es wirklich asozial geklaut wurde. Und zwar, ja, sind hier auch so, ist dieselbe Rundung von der Schrift. Dann diese Flammen oben drauf. Und ja, wer Thrasher nicht kennt, das ist so ein Skateboard Magazin. Die haben auf einmal halb so auf ihre Hoodies bekommen. Ist aber schon so zwei Jahre her, als gerade so dieser Hype so voll drin war. Und H&M hat dann irgendwie ein halbes Jahr, bis ein Jahr später dann diesen Sweater rausgemacht. Aus ihrer Divided Kollektion da. Und ja, das ist auf jeden Fall der Trippin Sweater. Da muss ich wirklich sagen, finde ich wirklich absolut dreist, diese Kopie. Hallo, hier spricht die Modepolizei. Ja, sowas macht. Also wer setzt sich so dahin, ist jetzt arbeitbar. H&M verdient da wahrscheinlich nicht mal schlecht Geld, so als H&M Designer. Und denkt so, ja, lass mal einfach dieses Thrasher Design rippen. Will schon keinem auffallen, so. Als nächstes hätten wir wieder H&M. Und zwar haben wir hier einen Goja Rubschinski Sweater gegen einen H&M Sweater. Hier muss man sagen, auf den ersten Blick nicht wirklich gleich, bis auf, dass die beiden einen roten Streifen auf dem Arm haben. Beziehungsweise drei oder halt fünf rote Streifen auf dem Arm. Aber mir persönlich fällt aber auf, dass bei dem H&M Sweater ist ja noch diese Deutschlandflagge drauf, wo so Germany steht. Passend zur Flagge. Und auf dem Goja Sweater ist aber Goja Rubschinski in russischer Schrift da. Und das Adidas Logo. Das ist auf keinen Fall gleich. Und Goja hat hier auch noch so einen roten Streifen auf der Brust. Was ich aber finde, dass H&M sehr so diesen Goja-Style nachmacht. Und wer Goja Rubschinski kennt, weiß, Goja hat ganz viele Teile, wo in klein hier diese Russlandflagge drauf ist. Hier, Wodka! Mit noch einer Schrift da drunter. Und das ist, denke ich, einfach bei H&M ein zusammengesetztes Teil aus diesem T-Shirt von Goja, wo einfach die Russlandflagge drauf ist. Und hier, keine Ahnung, die Farbkombination von diesem Sweater genommen mit dem Streifen auf dem Arm. Da ist es nicht so ultra auffällig und springt nicht so direkt ins Auge. Aber als ich die Sachen gesehen habe, habe ich schon sehr gedacht bei H&M, hm, das sieht mir sehr, sehr, sehr nach Goja aus. Und habe dann jetzt nur diesen Sweater hier von Goja rausgesucht. Und zu guter Letzt haben wir dann noch Zara vs. Vetements X Reebok. Und zwar sollten ja alle von euch diese Vetements Reebok Sock Runner kennen. Es ist einfach so, dieser Vetements Reebok Schuh sieht aus wie dieser Balenciaga Runner. Und der H&M Schuh sieht einfach aus wie ein Mix aus all diesen Sockenschuhen. Also Balenciaga, hier Vetements und dann noch aus diesem Reebok Pump Schuh. Wegen dieser Unterbrechung in der Sohle unten. Also hier, das meine ich. Wenn ihr mal hier hinguckt, wer diesen Reebok Pump kennt, dem fällt das auf jeden Fall schon mal auf. Und dann, keine Ahnung, einfach generell so dieses Sockenförmige. Das hatten schon viele gemacht. Da war heute Morgen nicht der erste Schuh. Aber es gibt auf jeden Fall einige Marken, die das schon hatten. Das ist halt einfach so, bei Zara so ein Mix aus allen möglichen Schuhen. Dann würfen wir jetzt einen so zusammen und haben dann unseren perfekten Vintage Hype Schuh. Ja, das waren so meine vier beziehungsweise acht Klamottenteile, die ich hier rausgesucht habe. Die, ich finde, sehr aneinander inspiriert waren. Und da sieht man, also es gibt generell total viel von H&M und Zara, was an irgendwas inspiriert ist. Aber das hier waren wirklich so Teile, wo ich sage, okay, da sieht man direkte Parallelen. Ansonsten hat Zara zum Beispiel auch viel, wo ich jetzt sagen würde, die haben von der Brand da ein bisschen was vongenommen. Und da ein bisschen was so zusammengesetzte Sachen. Aber ja, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Format haltet. Ich hatte ja schon mal eine Folge faked, weil das Original, da ging es um Schuhe. Und ja, jetzt hier generell um Kleidung. Also ja, lasst mir doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace.